Hallo Leute, das bin ich, ich wollte nur Bescheid sagen, ich werde tränen die zwei Kanäle, der Sachs Bugs von Philox, weil finde ich unnötig, ich glaube bei manchen das ist stressig, ich habe gedacht ich werde besser, wenn manche, ich will versuchen, ob wird das besser laufen oder nicht, also diese Sachs Bugs Geschichte bleibt so wie es ist, also Let's Play und so weiter werde ich weitermachen auf diesem Kanal und mein Vlogs wird auf anderen Kanal, so wie ist dieser Titel von dieser einfach kommt von meinem Vlogs, Sachs Movie, der heißt so genau, und ja, was konnte ich noch sagen, ja ich träne die, ja, und ja, und noch was, und auf diesem Sachs Bugs Kanal kommt auch Vlogs, nur da kommt nur die Veränderung, welche ich werde machen auf diesem Kanal oder neue Spiele, welche werden rauskommen, nur das wird rauskommen, das wird glaube ich einmal in drei Wochen oder sowas und ja, das war eigentlich alles, was ich wollte jetzt Bescheid sagen, weil ich komme nicht richtig, diesmal kommt nicht das richtige Video, ja, und ich werde noch mit, habe ich mir ein Mikro gekauft, das hoffe ich hoffe, das werde besser laufen, mit Qualität von meinem Ton und ja, und bei diesem anderen Kanal wird es so wie normal, ja, das wollte nur, das ist glaube ich das, was, was ich Bescheid wollte ich sagen, ja, und bis nächstes Mal, ciao Bis zum nächsten Mal.